Heute möchte ich mit dir ganz gerne über das Thema Bitcoin und ETH sprechen. Hier gibt es spannende Informationen und auch im XRP-Umfeld gibt es endlich ein Kapitel, das abgeschlossen wurde und ist. Und darauf freue ich mich schon riesig. Und damit ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du bist wunderbar an diesen Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar. Das würde mir und dem Video extrem helfen. Und du solltest unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung einmal auschecken. Das ist das BTC Echo Magazin. Mit dem Code TOOLS kannst du direkt nochmal 25% einsparen. Wie gerade schon angekündigt, möchte ich mit dir über die letzte Woche im Bitcoin und ETH Kontext sprechen. Und natürlich auch uns einmal gemeinsam angucken, wo wir dann aktuell eigentlich stehen. Wichtig ist hierbei erst einmal zu verstehen, dass wir in der letzten Woche, das heißt vom 11. bis zum 17. Juli, es erst einmal nicht geschafft haben, einen oder den Abwärtstrend hinter uns zu lassen. Das hat also nicht geklappt. Trotzdem gab es wieder leichte Zugewinne, die wir eben auch aktuell noch sehen. Aktuell liegt der Bitcoin-Preis bei ungefähr 22.000 US-Dollar. Und im ETH-Umfeld sprechen wir hier ungefähr von 1.487, wobei in dem Fall ETH es sogar mal wieder hinbekommen hat, die 1.500 US-Dollar zu überwinden. In den letzten 30 Tagen sehen wir damit also ein Plus von 51,95% und im Bitcoin-Umfeld sehen wir hier immer noch gute 17,4%. Es sieht also doch wieder deutlich besser aus, als man es doch zu hoffen gewagt hat. Trotzdem sind wir immer noch nicht aus diesem bärischen Pattern raus. Das besprechen wir gleich aber. Doch sehen wir uns einmal die Aussagen bzw. das Dr. Floh-Modell an, das hier als Prognosemodell häufig genutzt worden ist und das in der Vergangenheit immer dann das Ende eines Abwärtstrends erreicht hat bzw. aufgezeigt hat, wenn sich der realisierte Kurs und das 200-Week-MA geschnitten haben. Das heißt also, bei 22.000 US-Dollar ist das nun wieder der Fall gewesen und das würde in der Theorie bedeuten, dass wir nun also wieder nach oben klettern müssten. Patrick Hansen hat das Ganze aber ziemlich gut zusammengefasst, jetzt nicht nur in Bezug auf das Dock-to-Floh-Modell. Und zwar hat er hier mal aufgeschlüsselt am 17. Juli, welche Modelle bzw. welche Konzepte nicht wirklich funktionieren. Zum Beispiel in dem Fall Stock-to-Floh oder sich als falsch erwiesen haben. Wir haben hier zum Beispiel auch algorithmische Stablecoins mit drin. Wir haben Liquidity-Mining. Also es gibt hier viele Punkte, die er mit aufgezählt hat und gerade im Stock-to-Floh-Modell wissen wir mittlerweile, dass PlanBeats mal ein cooles Muster aufgebaut hat, was sicherlich im Gold-Umfeld funktioniert, aber im Bitcoin-Umfeld eben schon seit einiger Zeit nicht mehr. Das ist auch überhaupt gar nicht so schlimm, denn am Ende ist das auch nur ein Prognosemodell und mit diesen Prognosemodellen ist es sowieso mal ein bisschen kompliziert, da niemand genau weiß, was in Zukunft passieren wird. Im ETH-Umfeld sieht es ebenfalls positiv und bullish aus. Darüber haben wir gerade schon gesprochen, denn auch die Hürde von 1.500 US-Dollar konnte wieder genommen werden und dadurch zeichnet sich tatsächlich auch endlich wieder ein besseres Stimmungsbild ab. Wir haben es nämlich hinbekommen, auch hier mal wieder knapp an die 30 Punkte ranzukommen, wenn es um den Bitcoin-4-Greed-Index geht. Also alles andere als eine schlechte Ausgangsposition. Der Bitcoin, der ist, obwohl er nochmal einen Negativ-Rekord aufgestellt hat, noch lange nicht aus der Flag hier rausgebrochen. Wir werden also in der nächsten Zeit noch herausfinden, wie es dann weitergeht mit dem Bitcoin-Preis, wohingegen es im ETH-Umfeld komplett anders aussieht, denn ETH stemmt sich gegen den Abwärtstrend und konnte sogar aus dieser Flag-Formation hier ausbrechen. Eine ziemlich positive und gute Ausgangsposition, die wir hier haben. Im ETH-Umfeld gibt es übrigens mittlerweile wieder einige positive Daten, die wir uns angucken können. Und zwar hat der On-Chain-Dienstleister Sentiment zusammengefasst, dass seit Anfang Mai 131 neue Wahladressen dazugekommen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn in dem Fall ein Wahl? Und zwar sagt Sentiment, dass die Adressen, die zwischen 1.000 und 100.000 ETH besitzen, als Wahl gelten. Und die Anzahl der Wahlen ist nun also auf 6.600 Adressen gestiegen. Natürlich kann in der Theorie auch eine Person mehrere Adressen verwalten. Das ist natürlich ganz klar. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel aber auch, dass die Kleinanleger immer weiter wachsen. Mittlerweile haben wir hier 1,5 Millionen Adressen, die in dem Fall mindestens einen ETH besitzen. Das ist schon mal ziemlich beachtlich. Und dadurch sieht man natürlich auch die große Freude der Anleger, die in den letzten Tagen 26% bzw. in den letzten 30 Tagen sogar 51% hier wieder plus machen konnten, wenn man einen richtigen Einstiegspunkt gefunden hat. Wenn wir also gerade über das Thema Bitcoin, ETH und natürlich allgemein die Kryptosituation sprechen, dann sieht das gerade doch ziemlich gut aus und fühlt sich gar nicht mehr wirklich nach einem Fake-Out an, oder? Schreib doch gerne mal deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Blicken wir noch ganz kurz Richtung XRP. Denn wie du sicherlich weißt, hat der ehemalige Ripple-Mitgründer Jed McCaleb die Möglichkeit genutzt, über mehrere Jahre hinweg seine XRP-Bestände abzustoßen. Insgesamt hat er 9 Milliarden XRP besessen, die er quasi aus dem Jahr 2014 in Anführungsstrichen mitgenommen hat. Mittlerweile ist es aber so, dass diese 9 Milliarden XRP abgestoßen worden sind. Das Wallet hat noch knapp 46,7 XRP beinhaltet. Er hat knapp 8 Jahre dafür gebraucht, mit einem kontinuierlichen Abverkauf, um die Bestände rauszubekommen oder wegzubekommen. Und die letzte große Transaktion hatte nochmal einen Umfang von ungefähr 1,1 Millionen XRP im Gegenwert von ungefähr 400.000 US-Dollar. Das Ganze ist nun aber Geschichte, denn er hat seine Adresse nun komplett deleted und damit ist das Thema endlich aus der Welt geschafft. Das bedeutet also, dass die knapp 18,6 Prozent der gesamten Umlaufmenge, die bei Jed McCaleb lagen, nun endlich weg sind. Und auch die Anleger sind natürlich jetzt erleichtert, dass dieser Verkaufsdruck endlich in dem Fall weg ist und keine Probleme mehr verursachen kann. Viele haben in diesem Atemzug gehofft, dass Ripple bzw. XRP nun im Preis steigt. Das ist leider nicht wirklich der Fall. Wir sehen hier in den letzten 24 Stunden ein Plus von 2,67 Prozent und in den letzten sieben Tagen 11 Prozent. Natürlich kein schlechter Wert, aber eben auch nicht unbedingt das, was alle erwartet haben. Dennoch eine super Neuigkeit, denn nur noch das Thema mit der SEC ist aktuell und akut und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr natürlich auch hier nochmal weitere Informationen sehen werden. Was hältst du von dieser ganzen Geschichte? Vor allem, dass Jed McCaleb nun endlich seine 9 Milliarden XRP endgültig abgestoßen hat? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.